Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Carina Süße Welt. Heute backen wir einen schnell leckeren Nutella Kuchen. Dafür habe ich folgende Zutaten. Ich habe hier 300 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 81 Milliliter Milch, ein Päckchen Backpulver, 250 Gramm Butter, 4 Eiergröße M und 250 Gramm Nutella. Als ersten Schritt werde ich jetzt den Zucker mit der Butter aufschlagen, bis die Butter schon hell und cremig geworden ist. Dann kommen die Eier hinzu, die Nutella und später dann die Milch und ganz zum Schluss dann das Mehl und das Backpulver. Den Backofen könnt ihr jetzt bereits vorheizen auf 175 Grad Oberunterhitze. Die Zutaten werden dann auch schon auf der Runde geschenkt. Und dann kann man von der Runde auch noch mal ein paar Grad abbeunnen, bis zum Schluss dann das Gehirn geschenkt. Und dann kommt das Päckchen Backpulver. Das ist jetzt schon wieder in der Runde. Und dann kommt die Eier hinzu. Und dann kommt das Päckchen Backpulver. Und dann kommt das Päckchen Backpulver. Und dann kommt das Päckchen Backpulver. Jetzt kommt die Nutella noch dazu, jetzt kommt noch die Milch dazu und ganz zum Schluss dann das Mehl mit dem Backpulver. Jetzt wird der Teig in eine gefettete Springform geben von 26 cm, die habe ich unten mit Backpapier ausgelegt und die Seiten eingefettet und dann darf es in den Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ca. 50 Minuten. Circa 50 Minuten war der super leckere Kuchen fertig. Nach etwas Abkühlen könnt ihr ihn mit einem Zuckerguss oder Schokoguss begießen oder auch mit etwas Puderzucker bestreuen, so habe ich es gemacht. Ist ein super leckerer, fluffiger Kuchen, der wunderbar nach Schokolade und Nutella schmeckt und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020